hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünen feldland so dem herren müller hier haben wir mal ordentlich den masch geblasen was er zu nicht immer gespannt ob er das hinkriegt um sein hof wieder ein bisschen profitabler zu gestalten war auch ja das ist der pickup und den john die er den sie verkaufen wollen ja ja wohl ich mache ihnen angebot wollen sie was neues da verkaufen oder nicht nie erst mal nicht wobei er nehmen erst mal nicht dann geht tschüss gut dann sind nämlich gleich mal weg und dann können wir gucken dass wir kredit abbezahlen an diesel muss ich dann auch noch sprechen dass der mir die mehr quatsch dass er seine sachen verkauft das ist alles so läuft wie wir das uns gedacht haben und dann gucken wir mal das ist alles so läuft wir können ein bisschen Ich finde es ja krass, dass mein John Deere schon über 30 Stunden Arbeitszeit hatte. So, so, so. So, so, so. So, jetzt haben wir halt ein riesen Unternehmen zu managen, drei Höfe eigentlich mehr oder weniger, plus die ganzen Produktionen. Volker Varuna, hallo? Moin. Hi. Ich würde gern 10 Paletten und 10 Kartons für den Neumann abholen. Und wieso meldet sich der Neumann nicht selber? Ja. Hat der das nicht schon? Sollte ich bei dir abholen? Weiß ich nix von. Ah, dann schien wir mal an. Ja, aber warte mal. Hast du den Einbausatz, den GPS Einbausatz für den Xerion bestellt? Ja, der ist schon lange da. Achso, wo soll ich denn hinkommen? Äh, zum Blaubeerhof gleich dann. Bin ich grad mit dem Xerion unterwegs. Jo. Bist du noch dort? Äh, ne, ich bin unterwegs. Äh. Äh. Ja, okay. Ich fahr mal zu euch am Hof. Ja, ich sag sonst dem Björn oder so Bescheid. Vielleicht machen die das kurz. Wenn der das kann. Vielleicht später. Ja, ja. Ciao. Tschö. Hm, keine Ahnung, ob der das kann. Ich weiß nicht, er hat irgendwann mal Paletten bestellt. Kartons für 2000. Hat er die noch nicht abgeholt? Der neue Mann. Ich dachte, die hätte er schon längst abgeholt. Kann aber auch sein, dass er das nicht gemacht hat. Herr Varuna? Ja? Ihre Fahrzeuge sind 93.000 und 131 wert. Nochmal? 93? Ne, 93.131 Euro. Jo, dann verscherbeln bitte. Gut, ähm, und sie klingen so leicht niedergeschlagen. Nö, nö, alles gut, alles gut. Okay. Ich bin nur gedanklich woanders. Hat viel zu tun. Dann, äh, Ihnen noch einen schönen Tag. Jo, ebenso. Ja, ich weiß gar nicht wo mir der Kopf steht. Also ich weiß nicht. Also die, die, die Hofeigentümer bleiben natürlich für den Hof verantwortlich. Wir ziehen nur durch die ganzen Zusammenschlüsse, ziehen wir, ähm, oder machen wir halt so eine, so eine Agrargemeinschaft, dass wir weniger Fahrzeuge benutzen. Oder die Fahrzeuge gegenseitig benutzen. Und, ähm, dadurch weniger Kosten haben. Also darum geht's eigentlich. Und ich hoffe mal, dass es so auch funktioniert. Und ich hoffe mal, dass es so auch funktioniert. Hallo? 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 Ach, keiner da. Klingelingeling, klingelingeling. Ich glaube, ja. Äh, ja, Volker Barone, ja, hi. Ja, hi. Grüß dich. Äh, der Jürgen hat gemeint, ich soll hier an den Hof kommen, der wollte mir ein GPS einbauen. Achso, er hat mich grad angerufen und hat gesagt, ich soll das geschwind erledigen. Hm, ja. Bist du da? Ich bin da, ja. Oh, hi. Hi. Heute hab ich den Hofdienst. Ja, ich hab fliegender Dienst. Ich muss überall springen. Äh, gut, da steht das gute Ding. Ähm, im Preis macht der Razex dann mit dir. Jo, passt. Ähm, wir bräuchten Paletten. Paletten? Mhm. Ist grad schlecht. Oje, ist so schlimm? Ja, mir sind die Nägel ausgegangen. Mhm. Ist das nicht zu gefallen? Ne, ich krieg die einfach nicht mehr. Der Kleber, der reicht nicht. Also, ich brauch da unbedingt Nägel dafür. Okay. Ohne Nägel. Keine Paletten. Das stimmt auch wieder. Mhm. Und das hab ich grad, äh, leider durchgehend bei allen Produktionen, das Problem. Ist aber nicht so gut. Ne. Weißt du, weil, äh, wir brauchen natürlich auch Leerpaletten, um die Kartons drauf zu stapeln und weißt du nicht was. Ah, deshalb ist das grad ein bisschen schwierig mit Paletten. Okay, okay. Ich hab nur im Farm-Tablet was noch gucken müssen. Mhm. Ich könnte höchstens mal gucken, ob ich noch welche wirklich irgendwo in irgendeiner Ecke finde. Okay. Aber der Neumann hat anscheinend auch schon Paletten bei mir bestellt, wovon ich nichts mehr weiß. Also, ich bin mir nicht sicher. Muss ich mal die Rechnungen durchgehen. So. Aua. Aufgestoßen. Ja. Aufpassen. Und ich will gar nicht hin, so. Montiert. Ist montiert? Winger. Mhm. Ist schon montiert. Wie geht denn das? Ich hab's. Was? Wie geht das? Wie geht denn das nochmal? Achso. Man muss Motor anmachen. Okay. Mhm. Ich würd's grad sagen Motor anmachen, würd ich sagen. Ah. Okay. Der Knopf ist es. Aha. Aha. Oh Gott. Ob ich das, ob ich das verstehe. Ah. Stehleinverson-Kennons kannst du da von Baruna abholen. Wie man vom Race-Excel-Gang. Ja. Wenn ich was nicht verstehe, dann ruf ich ihn nochmal an. Okay. Aber super erstmal. Ja. Cut. Was ist dein Thema? Ähm. Wie gesagt. Ich kann nochmal gucken, wenn ich weiß, wieviel Paletten vom Dings da weggehen. Wieviel braucht ihr denn? Ich meld mich bei dir nochmal. Ich muss meine Produktionen nochmal durchgucken. Mhm. Und dann meld ich mich bei dir nochmal. Was kostet die bei dir? Ja. Aufgrund der geringeren Auflage, die ich hab. Was braucht ihr denn? Leerpaletten oder was? Leerpaletten und Kartons. Kartonpreis ist auf 2000 gestiegen. Leerpaletten bleibt gleich 1600. Warum sind die Kartons auch gestiegen, wenn ich fragen darf? Ja, weil ich mit Hackschnitzeln auch Probleme hab. Mhm. Cool. Also ja. Ihr seid ja ein guter Kunde. Machen wir 1800. Ja. Wie gesagt. Ich rechne mir das durch und meld mich bei dir. Ja. Gut. Bis später mal. Bis später. Ciao. Tschö. Tja. Tut mir leid. Fertig. Fertig. Ich weiß gar nicht wie viele Kartons die sind. Ähm. Warte mal, ich muss mal grad. Klingelingeling, Klingelingeling. Hallo ist da Neumann. Jo, Naomi, du, der Razex hat mich angerufen, wegen Paletten. Ja. Hattest du die noch nicht abgeholt? Ne, die hatte ich noch nicht abgeholt. Was waren denn das nochmal? Jeweils 10, glaube ich, ja? Ja, jeweils 10, genau. Was waren denn irgendwie 39.000 irgendwas? Ah ja, okay, das war der Posten. Ja, ich habe so viele Rechnungen hier rumliegen. Okay, gut, ja, dann kannst du ihm nochmal Bescheid geben, dass es geklärt ist und dass es er abholen kann. Jo. Kartons muss ich aber gucken, ob ich noch so viel da habe. Jo. Kann ich gleich nochmal machen. Gut, bis dann mal. Bye. Bis dann. Tschö. Bye. Jetzt ist er weg. Was mir gerade einfällt ist, dass der Lukas Müller gar kein Geld genommen hat für den Verkauf von den Fahrzeugen. Oh ja, soll mir recht sein. Wenn 91.300 waren es, glaube ich, ja? Oder waren es 93.000? Und... Ups. Keiner gesehen. Ja, warte mal, wenn wir schon hier sind. fahren wir mal kurz bei der... beim Metzger vorbei. Ja, ich muss halt jetzt den Restbestand an Paletten, den ich noch habe, den muss ich ein bisschen zurückhalten. Sonst laufe ich nämlich aus an Paletten. So, schauen wir mal. Oder das Steak. Mhm. Kann ich gerade mal reingucken ins Tablet. Ähm... Karton. Sieben. Wie mal sieben sind 21, oder? Sind 10. 10. 14 Paletten noch da. 14 Paletten. 14 Paletten noch ein bisschen mehr Papier. Kann ich, glaube ich, gar nicht ausladen. Oh doch. ... Moment. ... ... ... ... ... Leerpaletten Leerpaletten geht noch Okay, gut Dann schauen wir gleich mal vorbei bei der Kartonproduktion Damit wir sehen was da los ist Was da noch rumsteht, nicht dass uns einer bescheißt Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen Wenn es euch gefallen hat würde ich mich über ein Like, Abo oder einen Kommentar freuen Und bis morgen Tschüss